Hallöchen und willkommen zurück zu Portal Knights mit dem Ne... Ach, mit dem Onkel und mit dem Noxi. Aber Nero ist auch dabei, ja? Und Nero. Ja, und der Nero ist auch dabei, ja. Hallöchen. Ich wurde gerade angegriffen, sorry. Ja, es geht los, wir gehen jetzt zum Boss. Ja, und da werde ich jetzt gleich mal das Portal-Menü aufschrauben. Aufschrauben? Und jetzt geht's zum... Was denn? Darf ich auch mal portellieren? Kannst du machen, klar. Ich will euch mal... Mit Wurmgrube heißt das schöne Teil. Oh, ja. Alles klar, los geht's. Das wird eine wurmige Angelegenheit. Ich fange jetzt schon meine zweite Reihe Herzen an, das wollte ich sagen. Was? Ernsthaft? Ernsthaft? Ja. Achso, stimmt, du bist Krieger, du hast ein bisschen mehr. Cool, cool, cool. Und trotzdem stirbst du alles, was ist los mit dir? Weil ich nichts aushält. Er muss ausweisen. Oh, oh. Äh, oh. Oh, diesen Kampf werde ich mich ja ein bisschen zurückhalten. Oh, shit. Oh, shit. Was zum... Geiler. Denn ich hab das ja schon gemacht. Ja, ich kann doch da gar nichts machen bei dem Typ, oder? Äh, nein. Der ist ein bisschen resistent. Gegen alles. Außer, man beachte eine Kleinigkeit, die man machen muss. Damit der überhaupt Schaden bekommt. Soll ich euch einen kleinen Tipp geben? Okay. Okay, ich hab schon. Okay, ich hab's schon. Ausweisen, solange K.O. geht, sind die kleinen Würmchen da. Ja, nicht unbedingt. Also... Es kommen so kleine Würmchen, die müssen wir kaputt machen, dann sind die dann Fritzbein raus. Ja, aber halt Würmchen dicken. Alter. Aus dieser etwas Dicke sind da. Wie bei? Ne, Roro, bist du? Ich bin tot. Was? Achso, ach, immerhin kannst du nochmal wiederkommen. Was, kannst du nimmer wiederkommen? Doch, er kann wiederkommen. Ist noch einer dahinten, ist noch einer. Alter. Feuer frei. Alles. Drouf, roun. Drouf, roun. Das ist ja der Blikat voller Dune der Wüstenplanet. Mal guck. Angriff der Raketenwürmer. Ja, bis dahin hat nämlich Noxy in seinem Ding schon gezockt, deswegen weißt du da... Aua, weißt du da Bescheid? Ja, aber ist doch so, der Kostkampf dauert bei uns planungslos, äh, ahnungslos, äh, drei Minuten. Also, der hat aber relativ schnell, siehst du ja. Ich sag nur, weil, ähm... Nächsten, denn, äh, nach dem Boss ist Noxy auch nicht mehr weiter. Doch, ein einziges Level, aber danach hätt's mehr. Danach wird's mit dem Blink. Aua. Das fiecht noch einfach so übelst Damage, ey. Aber ich muss sagen, das fiecht richtig nice aus. Übelst schleimig, ne? Ja, halt so richtig widerlich, so wie man sich eigentlich den Bostkampf wünscht. Und übrigens, es gibt ne Chief mit, wenn man, äh, nur die Dickenwürmer trifft und nicht die Kleinen. Also nur die Dicken tötet. Äh, wo? Achso, der... Das war schon... Sieg! Bauwollstall. Was ist das? Oh, Dropped, Droppedi-Dob. 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 Oh, ja. Herzlich willkommen im zweiten... In der zweiten Welt, besser gesagt. Denn ab sofort... Der Weltall. Der Weltall. Der Weltall. Oh, Palmen. Oh, ja. Denn ab sofort wird es tropisch. Ja, Tropico. Palmen, und da gibt's auch Palmenblätter lieber, Neurodoxie. Und alle anderen. Oh, ja. Die können wir uns jetzt endlich dann anpflanzen. Denn in der zweiten Welt wird es grüner. Oh, das ist ja schick. Oh, ja. Auf jeden Fall von... Auf jeden Fall von... Neue Pflanzen immer abholzen, dass wir die Gedärm... Alter! Was ist denn? Es gibt Kartoffeln! Ja, das pflanzen wir dann alles anpflanzen. Wir können Kartoffeln anpflanzen. Onkel, wir können Kartoffeln anpflanzen. Ja, ich würde sagen, ähm... Wir machen dann erstmal ein auf Baupart. Dass ich mal mein Feld zu Ende mache, dass wir ordentlich anpflanzen können. Onkel! Wir haben einen Schmelzofen, wir haben Kartoffeln. Lass Wodka machen. Ich bin ein bisschen verliebt gerade. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Oh, ist aber hier ein Bett. Das nimmt man mit. Wo hast du das Bett jetzt her? Ist auch noch ein Bett. Außerdem, Onkel, ich habe Angst, wenn du mit dem Bett ankommst. Warum? Wir sind zwei Typen und ich halt. Perversling. Du hast doch angefangen! Was? Obwohl, wir haben Scharfschützen dabei. Und einer mit dem dicken Knüppel. Cool, ein Bambus, ja. Oh, er hat sogar Bambus. Ich nehme alles mit. Oh, die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Ganz, ganz schnell. Gleich wird's hell. Ist doch schon hell. Weißt du, die ganze Zeit heult herum, dass es dunkel ist und kaum sagt man, es ist hell. Ja, der Dippeltür hält. Das ist doch auch. By the way, ab sofort brauchen wir auch nur noch gelbe, ne? Die blauen brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr, soweit ich mich recht entsinne. Keine Ahnung, Noxy. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir da so weit sind, wo du noch nicht warst. Das steht für mich jetzt schon fest. Wer dann hier nachhört. Ne, ich wollte es nur sagen, weil man hat doch knappe 70 Dinger von den blauen Händen. Schmeck, Kiste. Kiste, 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 de, de, de. Ne, weil, weil doch Noxy ist ja da zunächst sehr viel zu spoilern. Hä? Was habe ich denn gespoilert? Ich habe nicht gesagt, wie ihr die Technik ihr habt, so haben müsst bei den Wurmen. Ich habe nicht gesagt, was ist für ein Vorsatz, das habe ich gleich gesagt. Ja, noch nicht, eine Sekunde später hättest du gesagt, wie die Technik ist. Nein, ich habe nur gefragt, ob ihr so einen kleinen Tipp haben wollt. Ja, weil du das nicht, weil du das wolltest, ne? Weil du dich doch gereizt hast. Nein, du hast dich hat es gereizt, das gibt es doch zu. Und es gibt hier. Ich fand es ein bisschen geil, jo. Ne, aber... Alter, was habe ich denn jetzt hier vergebildet? Ja, die haben halt Level 11, ne? Ich bin tot. Wir brauchen bessere Bogen. Ja, Noxy könnte das wollen. Ach, na, Noxy macht ja nicht mehr unseren Craftmeister. Er macht jetzt, er will ja das nicht mehr. Ja, nur mit dem Unterschied, dass Onkel momentan die stärkste Waffe hat, die ich craften kann. Davon, abgesehen. Mach wo Eisen. Ja. Eisen und, äh, Werkstatt, ne, Werkbanklevel 2. Äh, 3. 3? Mach wo alles Level 3. Wurde, ich will Eisen brauchen. Aber es ist wirklich eine schöne Welt hier. Oh ja. Und es geht ja auch wieder unter der Erde weiter. Ah, Basalt haben wir hier. Cool. Echt? Wie sieht es denn aus? Rügelstein. Warum kann ich denn? Oh. Okay. Ach ja. Ich bin der Welt besser. Ich habe ein Problem. Ja. Nur eins? Ich bin schon wieder voll. Das ist schön für dich, Onkel. Äh, ja. Wir sind alle ein bisschen voll. Ich kann nichts mehr tragen, meine ich. Ah ja, wir gehen dann gleich wieder zurück. Wir sammeln jetzt den Part für Rohstoffe, erkunden bitte die Gegend hier. Ja, und dann ist gut. Und dann, äh, nächster Part wird dann denke ich mal ein Bau-Part. Wo wir dann mal ein bisschen vorwärts kommen. Richtig. Ja, klar, die Homebase muss dann auch ausgebaut werden. Ja. Ganz in hell dringend. Ach nee, noch einen habe ich. Aber weißt du, dass mir auffällt? Oh, gar keinen mehr. Hm? Da gibt es gar kein Portal. Doch. Ich habe es schon gefunden und es ist gelb. Ja. Wo ist es denn? Darf ich es bollern? Hm, nein, ich habe doch gar nichts mit. Aber ich habe... Du hast doch die ganzen Portal-Steine. Ich weiß was. Ey, das ist, ähm, war hier hinten irgendwo bei mir. Hier oben. Bei mir. Wo bist du denn da? Ach, da hinten. Hätte ich mal ein bisschen umgeguckt, hätte ich es auch gesehen. Eine 50 Basalt haben wir. Haben wir jetzt Basalt? Nur mit dem Unterschied, dass es hier zwei geben soll. Okay. Ah, hier unten ist das andere. Direkt hier unten im Keller. Oi. Also direkt, wenn du oben bist, gehst du runter in den Keller, da ist das andere drin. Was soll es denn hier eigentlich an Rohstoffe geben? Nur Basalt-Steinblock anscheinend. Macht doch nichts. Oder muss man mal die anderen Rohstoffe finden? Das könnte ich auch sein. So, Moment, ich setze mal hier dann die Steine ein. Dass er nur auf der Karte angezeigt wird, auf dieser Portalkarte, was man schon berührt, getötet und abgebaut hat. Ja. Keine Ahnung, weiß es nicht. Könnte mir das vorstellen. Ja, ich bin der Karte, ehrlich gesagt, mir jetzt so beschäftigt. Die war mir irgendwie so komplex. So, das erste Portal ist da. Wo hast du das zweite Portal? Portal aktiviert. Von Onkel. Ach, da. Direkt runter. Direkt im Keller. Was habe ich denn so an Ressourcen mittlerweile? Alles klar, ich habe 21 Kartoffelsetzlinge, 21 Kartoffeln, 12 Palmblätter, äh, ne, 72 Palmblätter, Aloe-Sprossen. Also Onkel, du hast deinen Spaß haben. Ja, wir werden sehr viel noch einpflanzen, auch in Zukunft. Pflanze. Ja, und ich hole mir jetzt 100, was halt, ja gut. Ja, was macht denn das so ein komisches Geräuschchen? Was denn? Wieso, wieso hackt ihr so schnell? Wie geht denn das? Äh, das ist ein Bohrer. Achso. Hat dein Bohrer auch einen Namen? Was? Hat dein Bohrer auch einen Namen? Nö. Ja, warum denn nicht? Der Bohrer, der Bohrer. Bergbau-Bohrer. Okay, das ist der neue Bergbau-Bohrer. Okay, also es ist... Er kann was, was geht. Hä? Ähm, so viele Ressourcen. Also wir haben jetzt hier die Palmen alles schon soweit eingesammelt. Da haben wir Setzlinge. Basalt haben wir auch. Das heißt, eine Station kann ich upgraden. Ah, hier unten. Joa, ich kann mir endlich mal die neue Ausrüstung machen. Bei euch guck ich mal. Und wenn wir die ganzen Stationen upgraden können, da kann ich auch mal gucken, was man noch so craften kann. Also auch für euch natürlich. Ja. Versteht sich glaub ich von selbst. Glaube ich schon, ja. Ja, klar. Da weiß ich nicht, ob du da noch Lust dazu hast, oder? Ja, klar. Der Bohrer ist cool. Gefällt mir. Der bohrt so gut. Der Bergbau-Bohrer. Oh, jetzt hab ich es an mir vorbeigebaut. Nero, du könntest natürlich auch Werbung für deinen Bergbau-Bohrer machen im Sinne von Seidenbarer. Ne, im Sinne von Seidenbarer. Neues Bergbau-Bohrer. Jo, Kalle. Wenn man jetzt den neuen Bergbau-Bohrer von Nero nicht hätte. Jo. Der Bergbau-Bohrer von Nero. Nero ist Bergbau-Bohrer. Oh, Jörg, es sind so viele... Börsewichte. Bergbau-Bohrer. Ich find, das liegt, ich find, dieses Wort voll geil, grad irgendwie. Bergbau-Bohrer. Ja, Triple B, Junge. Bergbau-Bohrer. Ouch! Tut mir nicht weh. Oh, gut, nicht wehtun. Kann ich denn jetzt hier? Neues Rezept. Ich hab irgendwie neues Rezept, habt ihr das jetzt auch? Nö. Nö. Was ist für eins? Ähm. Keine Ahnung. Gut. Finde ich gut. Ich glaub, das habe ich schon. Wer ist Bergbau-Bohrer? Na, irgendein, äh, Fäustling. Welcher? Wat, wie, welcher? Merkow. Fäustlinge, halt. Fäustlinge sind deine... Ja, das ist dein... Sorry, Fäustlinge sind deine Handschuhe. Ich hab irgendein Fäustling gelernt. Mit einem Fäustling oder was ich hatte. Wartest du hier nicht schon drin? Äh, nö. Es war mir zu dunkel. Okay. Ist nix drin. Dann war wahrscheinlich einer drin. Höchstwahrscheinlich. Aber alle haben... Fäustling ist kein... Fäustling ist keine... Keine Klamotten. Äh? Warte, ich hab... Nö, ich hab die Hoch... Also, ich hab die Handschuhe. Meine heißen Handschuhe. Und deine? So, wir müssen hier Werkzeuge wieder fit machen hier. Okay, ich denke mal, dass wir hier so weit... Kupfer und der Fäustling. Und zwar ist das unter... Unter, ähm... Waffen. Was? Mhm. Äh... Cool. 67. Und was hat meine Waffe? Ach, da. Waffe. Ich guck von der Fäustling. Ja, den hatte ich auch anscheinend. 67er Schaden. Und was hat meine Waffe jetzt zurzeit? Die hat ein bisschen mehr. Das ist gut, dass ihr die Sache habt. Das ist sehr gut. Onkel darfst nicht vergessen. Deiner hat immer noch einen Gesundheitsboost. Äh... Äh... Was macht ihr eigentlich... Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit noch? Weil ich finde... Ich kloppe ein paar Gegner und... Fell Bäume. Tut's gerade hier ein bisschen öde. Und by the way, ich bin mittlerweile auch voll. Und zwar komplett. Also von mir aus können wir auch. Also... Oder... Oder... Ja, komm lass uns... Äh... Back to home. So, auf zur Baumaßnahme. Oh ja. Aber denk dran, wir brauchen erst mal die 30 Genehmigungen vom Amt. Aber... Ich denke dran, es wird uns ein Akt. Für mich... Was, ich hab dich gar nicht verstanden. Ich hab nur... Ich qualln! Was? Ich hab nur quallen verstanden. Und ne... Ihr wisst ja, Setzlinge. Bitte raus. Na klar. Du hast du. Ähm... Oh, ne leere Kiste. Da ist die leere Kiste. Ach, wie gut, dass hier jemand ne Kiste gesetzt hat. So, Stufe 3 Schmieder. Ich hab keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig bin. Obsidian-Blöcke 40 bei uns jetzt. Also die... Alter, ich hab 100... Also die müssen definitiv dann später ne bessere Ordnung finden, weil ich weiß ja nicht, wo ich was reintun soll. Oh, werden wir machen. Domo Platz ist, hä? Na ebenso scheiße. So sehen die Kisten noch aus. Da, wo Platz ist, hau mal von, hey. Jawohl. Wenn du, guhle, ist, hab ich selber gewischt. Äh, jo. So, damit das doch hierhin kommt, das fertiggedöse. Ah, warte mal, diese Quarz, die haben wir woanders drin, oder was? Äh, ja, die sind hinten. Hinten ganz links. Holz ohne Ende. Rohstoffkiste? Ne, Rohstoffkiste? Äh, ne, Rohstoffkiste? Ne, Rohstoffkiste? Äh, nein, hier ist ein Bett drin. Das ist kein Rohstoff. Rohstoffkiste, da haben wir sie. Das ist viel zu wenig. Ähm, ich... Ich entsorge erstmal ein paar. Tja, so. Äh, Leidensstoff. Jaaaaa. Erstmal Leidensstoff erstellen. Geil. Ich glaube, ich werde meine Rüstung machen. Das finde ich hochgradig sexuell. Ja. Äh, ja. Ja. Äh, T-T-T-T-T-T-T-T-Rüstung. Ich seh ja richtig schnieke gleich aus. Ja. Ey, Nero. Ja. Ich hab jetzt ab sofort ne Hochmagierhose. Willst du mal sehen, wofür das hochsteht? Boah, Alter. Alter. Ey, meine alte Robe hat 10 Rüstung. Meine neue hat 90. Alles klar. Ach man, Leute, verpisst euch doch mal von meinem Grundstück. Was? Warum? Nicht ihr. Ich dachte, wir werden Freunde. Ach doch, nicht ihr, ihr kleinen Schnuckelhasen. Mein Schnuckelhasen hat gesagt. Neufallt. Das ist ja fast vergoldig. Wenn mir nicht dabei schlecht werden würde. Guck mal, so sehe ich jetzt aus. Oh, wir sind wieder. Oh, wir sind wieder. Oh, wir sind wieder. Das ist voll übel, ey. Ich hab 240 Rüstung. Ich fühl mich fast schon wie Harry Potter, nur ohne Narbe. Und mit Eltern. Ja. Genau. So. Mit diesem Satz. Wir müssen ja auch verabschieden uns auch. Toll. Das ist doch ein schöner Endeindruck von Nox, die hat, was er doch für ein A-Lau ist. Ne? Erst mal rein. Ali-Nator. Bitte was? Du bist unser Ali-Nator ab sofort. Was ist denn Ali-Nator? Deine Fantasie. Viel Spaß. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet bald wieder ein. Schaut bei Onkel Nox hier vorbei. Und bis dann. Ciao, ciao. Was passiert hier? Macht's gut. Macht's gut.